Eine bessere Europa ist eine Europa, die das Klima schafft, bevor die Banken schafft. Ich will eine Europa, wo Menschen am Mittelpunkt stehen und man bestimmen kann. Was mir am Herzen liegt, denn das fehlt, ist eine Vereinheitlichung unserer Steuer-, Finanz- und Sozialpolitik in Europa. Ich möchte in einer Europa leben, die bereit ist, weiter zu gehen. Ich möchte eine demokratische Struktur, damit wir die Probleme wirklich interessieren können. Und ich möchte eine politische Politik, die kreative und radikale genug sind, die wirklich zu beantworten. Ich wünsche eine Europa, die sich für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit beherrscht, damit alle Menschen und alle Frauen die gleichen Möglichkeiten haben. Ich will nicht den Festerung Europas leben, vor der wir Menschen helfen lassen. Stattdessen wünsche ich mir, dass wir auf europäischer Ebene zusammenkommen und eine gemeinsame, humane Asylpolitik sicherstellen. Ohne soziale Gerechtigkeit hat Europa keine Chance. Dafür als ein Programm, transnational und demokratisch. Eine bessere Europa, ist eine Europa, in der der Bürger der Bürgerinnen und Bürger hat keine Grenzen. Denn wir können nicht gegen die Multinationale lachen, wenn die Bürger nicht auch nicht. Für eine bessere Europa brauchen wir unseren Sinn der Belohnung zu stärken. Ich möchte in einem Europa leben, in dem wir uns alle umeinander kümmern. Egal welcher Religion wir angehören, welche Herkunft wir haben oder welche Einkommensklasse. Ich möchte in einem Europa leben, die wir uns alle umeinander kümmern. Ich möchte in einem Europa leben, die wir uns alle umeinander kümmern. Vielen Dank.